Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in Breitachformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das also, Decker? Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedergerechtiger Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich setz Feiglinge! Verreißer! Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheimlich! Die Generalität ist doch geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuckerbracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Glaube hält! Jahrelang hat das Militär-Malag-Zolle nur behindert! Es hat mich jeden nur... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der Wald ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Die Lone sind im Augenblick! Wielais sind als das UnbeamET unanimously? Was macht euch gerade so weit, wenn sie sich in der Kontrolle ce wäre, waspson Ihr geeignet, doch aber es ist, und real ist, dass Ihrichtlich war, Unter Egyptian und der Kugelsel dass sie in dengangensten den Kopf proceed! Untertitelung des ZDF, 2020